Bitte? Ja, ich bin, äh, mal wieder zurückgekommen gerade. So, ich bräuchte hier aber nochmal Hilfe, weil sonst komm ich wieder nicht über die Seite. Ja, ich bin auf dem Weg. Autsch. Nein! Äh, wohin bist du auf dem Weg? Schmeiße, ich komm jetzt schon runter. Nee, ich bin, äh, hinter dir. Ah, so, jetzt bin ich auch oben. Ja, ich aber leider nicht mehr. Ah. Nein, jetzt fall ich hier schon wieder runter. So. Ah, nein, ich bin so. Ah, nein, ich bin so. Hm. Ich fürchte, da stört das Antigraffeld so ein ganz kleines bisschen. Ah. So, ja, hier brauchen wir, glaub ich, drei Leute. Hm. Weil, hier mit dem Hebel kann man... Also mit dem Schalter? Diese Plattform da, ja. Der Schalter macht eine Plattform, der Hebel macht die zweite Plattform. Hm. Na, dummich. Ah, hier unten kann man im Videoblick werden. Ja. Okay, Moment, dann komm ich. So. Was ist das für ein merkwürdiger Brunnen hier. Ach, wir müssen, ja genau. wieder Feuerwehr spielen. Genau. Ich glaub ich schon aus, oder? Ja. Ja. Doch. Sieht gut aus. Oh, oh, oh. Nein. Ah, die kann man drehen. Oh. Oh. Oh, hier ist noch eine. So, wieder ein Hebel. Katapult. Aha. Das bringt nicht so wirklich viel hier. Oh. 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 Kein Problem. Ach, was ist denn das für ein Moment? Gab's hier nicht irgendwo so ein... Killing-Kursor oder einer? Ach, nee. Oh Gott. Wo war dann das letzte... Oh. Jetzt ist das Haus. Ja. So kann man's auch machen. Ah ja. Das geht ja. Oh. Oh. Mist. Ich versteh's nicht. Was bringt mir das denn, wenn ich da Kisten hoch schieße? Nein. Da. Da Hier hast du die Kiste Was hat sich gedacht? Das ist eine Wahrheit. Die Kiste Flachstil Halte Halte O, 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 O! Geht's it! He 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 he! Have a nice trip to wherever! And somebody make her stay quiet! Outsmarted by Wheeze the Goblin, the trio was flown away... A wyvern flew away, leaving the heroes in the middle of a forbidding dustland. Those despicable savages! We have to find Margaret and the triplets! No one mentioned your children. Chances are they're still safe. What about this blistering heat? I'm boiling in my armor! Akt 2. Get it the other one? Hm? Hm? The trine ran away! Why won't it come back and take us to Margaret? But we're still under its spell, still glued together! Sit up! We'll find her! Poor Margaret! What horrors she must be enduring! What? Who's Taiwo? And he here? Huh! Even though? Ah, shodd! so habe ich noch gleichzeitig den sonnenschirm hier und bleibt ich praktisch der schild hier Das war's für heute. Es hat lustige Hände auf dem Statuen. Ein Rang von heißen Sonnenschein. Es muss sich auf ein Glas-Land oder so. Oh, verdammt. Hier, holen wir dich mal davon. Moment, ich muss ja was eins anlegen. Oh, das ist auch nicht so gut. Komm. Eins, ja. Oh. 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 Das hat mich erwischt. Ich find diese Käfige so geil! Wop! Wuuuuh! Hm? Komm durch! Na gut, ich kann auch das lang ziehen. Ja. Autsch! Das war's wert. Uff, keine Ahnung. Ok, Moment. Nein! Das ging schnell. Puh! Oh! Weißt du was? Tja. Tja. Hm. Ach, da ist ein Spiegel. Ok. Ok, aber wo... Ach, da hinten das Rote muss das rein. Hey! Wir fangen rüber. Es will nicht. Ah... Ja, und? Ja, jetzt ist alles rot, wa? Oh! Oh! Äh, versteh ich nicht. Ja, das bringt nichts. Oh! Ich bin's. Oh! Ich bin's! Ich bin's. Ich bin's. Das ist halt ein bisschen länger